Hallo und herzlich Willkommen auf unserem Kanal FIFA Unlimited. Heute startet die dritte Episode von Trance zu Gold und zuerst, bevor wir zu den Upgrades kommen, wollte ich noch eine neue Regel nennen. Und zwar, wenn der Gegner quittet, bekommen wir nochmal 3 Ex-Upgrade-Punkte mehr. Und wir Upgrade heute unseren Torhüter Richardson, der hat eine Gesamtbewertung von 44, zu Weston, der eine Gesamtbewertung von 49 hat. Und so haben wir unsere 5 Upgrade-Punkte von der letzten Folge verbraucht. Und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt nochmal beim Team und ja, bis gleich. So, da haben wir unseren ersten Gegner gefunden und er hat nicht eine volle Chemie, aber das ist egal. Und ich bin mal gespannt, was er für ein Team hat. Okay, er hat ein besseres Team wie mir, aber wir haben die bessere Chemie. Ich kenne hier jetzt auch nur den Linksverteidiger und Schicker, Acker, dann ich den Sturm, Schieber und Chris Mann als Leitspieler. Da bin ich mal gespannt, wie die Partie wird. Ich hoffe, wir können ein paar Upgrade-Punkte erhalten. Und ja, wir haben auch Anstoß und jetzt fangen wir an. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei den Highlights. Klasse, geht hier durch. Geht hier durch, wie denn es? Oh mein Gott, was für eine Chance hier, für Owen Events, doch er kann die Chance nicht machen. Da sieht er ihn perfekt. Was für ein Pass. Jetzt auf Clifton. Er macht den Fake-Shot. Passt in die Mitte. Löwe schickt nochmal Clifton. Was für ein Zuspiel-Loch, er kann nicht flanken. Schade, aber wir spielen echt gut. Jetzt die Ecke wieder kurz. Noft macht einen Übersteiger. Gehen wieder in den 16er Ballroll. Jetzt die da ab. Und an den Pfosten. Oh mein Gott, was für eine Chance für uns. Wir könnten schon locker das 1-0 machen. Schade. Aber wir holen wieder Klasse den Ball. Und wir passen schon wieder gut. Wieder der Fake-Shot. Wir kommen wieder vorbei. Jetzt schießen wir wieder. Und da steht es 1-0 durch Clifton. Dann macht er den Fake-Shot. Zieht in den 16er, macht den Fake-Shot. Und dann schießt er auf das Kurzeck. Und der Torwart hat keine Chance mehr. 1-0 für uns. Und jetzt geht es weiter. Und da ist Halbzeit. Der Gegner hat 2 Schüsse. Mir 5. Er hat noch 0 aufs Tor. Mir 4. Er hat 48% Ball. Mir 52. Ich würde sagen, die Führung geht in Ordnung. Oh man. dran. Dran. Was für eine Crash. Aber er bleibt noch immer Ball. Jetzt muss es schnell gehen. Komm, komm, komm. Jetzt schicken wir Owen Evans. Er ist schnell. Schnell. Machen wir einen Fake-Shot? Ja, machen wir. Und jetzt Owen Evans. Und Akin Tunde kann ihn nicht reinmachen. Was für eine Chance. Wir lassen Chancen liegen. Wir haben so viele Chancen. Aber die müssen wir eigentlich reinmachen. Wir machen sie nicht rein. Das ist echt unglaublich. Er spielt einen langen Ball. Den müssten wir haben. Und den haben wir auch. Das fahren wir nochmal. Und schicken ihn perfekt. Und jetzt. Oh, und wir können schon wieder kein Tor schießen. Es ist unglaublich. Wir haben so viele Chancen. Der Gegner ist eigentlich nicht gut. Aber wir machen einfach das 2 zu 0 nicht. Jetzt Noften ist durch. Frei durch. Macht nichts. Und eine Ballrolle. Und er geht an den Pfosten. Warum schießt er nicht? Das gibt es nicht. Wir haben so viele. schon wieder so eine gute Chance. Rankommen. Lupfen, Lupfen. Oh, dann. Und. Schuss. Oh mein Gott. Wie kann man den so drüber schießen. Das gibt es nicht. Dass wir noch nicht 2 zu 0 oder das sogar schon 3 zu 0 führen. Ist echt ein Wunder. Komm. Was für ein Pass schon wieder. Jetzt Akin Tunde. Macht einen Fake Shot. noch mal ein. Spiel dann nochmal hoch. Jetzt schicken wir ihn wieder. Perfekt. Und Tor. 2 zu 0 durch. Arkin Tunde. Da setzt er sich prima durch. Im 16er durch. Und schießt. Eiskalt rein. 2 zu 0 für uns. So kann es jetzt weitergehen. Der Tunnel. Da glaube ich auch noch den Torwart verdient. Aber das 2 zu 0. Der Gegner kommt einfach nicht nach vorne. Und das ist gut für uns. Owen Evans ist durch. Was für ein Ball. Und der Crash steckt. Was macht denn der Gegner. Den müssen wir jetzt machen. Jetzt schießt. Oh mein Gott. Latte. Das gibt es nicht. Wie kann man den nicht machen. Da wollte ich ein Finesse machen. Und da geht er an den Torwart. Und dann schießt er an die Latte. Oh Mann. Und da ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen 2 zu 0. Und ich denke das geht auch in Ordnung. Wir waren klar. Die bessere Mannschaft. Wie man jetzt dann auch an der Statistik sehen kann. Er hatte 3 Schüsse. Mir 14 erst. Kein einzigen Schuss aus Tor mir 9. Er hatte 48% Ball. Bis jetzt wird 52%. Also ich würde sagen. Der Sieg geht in Ordnung. Und jetzt sehen wir uns im 2. Spiel. Bis gleich. So. Da haben wir den 2. Gegner gefunden. Ich glaube er hatte 100. Chemie. Und ich bin mal gespannt. Was er für ein Team hat. Oh mein Gott. Er hat ein BPL Team. Oh. Das wird schwer. Im Tor hat er Howard. Links. Jose Enrique. In Verteidigung. Reit. Und es ist doch rechts. Teidiger Johnson. Dann T.O.T. Links. Bolasi. Rechts. De Lufo. Z.O.M. Barclay. Ohne im Sturm. Richtige Tanks. Pentego. Lukaku. Das wird kein einfaches Spiel. Und da muss ich mich echt konzentrieren. Wir haben Anstoß. Und ich würde sagen. Wir sehen uns wieder bei den Highlights. Oh. Schick dein. Oh. Was für ein Tank ist das. Oh. Oh. Was für eine Glanzparade von unserem Torwart. Mann. Und jetzt muss es schnell gehen. Aber wir verlieren einfach leicht den Ball. Jetzt passt. Ah. Da wollte ich. Oh. Fines. Schieß. Lopft ihn. Oh. Schade. Mann. Und der Gegner bricht ab. Ich weiß nicht warum. Aber ich würde sagen. Dafür machen wir nochmal ein Spiel. Und ich würde sagen. Wir sehen uns wieder. Wenn wir einen Gegner gefunden haben. Bis gleich. So. Da haben wir den nächsten Gegner gefunden. Und er hat anscheinend ein Skill Squad. Da bin ich echt mal gespannt. Oh mein Gott. Links. Bolasi. Im Sturm. Nani. Rechts. Quaresch. Mal Busufa. Fernandes. Caballet. Im linken Verteidiger. Weiß ich gerade nicht. Poconoli oder so. Den Rest habe ich nicht mehr gesehen. Hoffentlich kann er nicht so gut skillen. Sonst sind wir richtig. Sonst wird es richtig schwer. Wir haben Anstoß. Oh je. Das kann echt schwer werden. Jetzt schicken wir. Ah. Schade. Oh je. Vielleicht probieren wir jetzt mit dem Distanzschuss. Oh mein Gott. War der knapp. Akin Tunde zieht einfach mal ab. Oh mein Gott. War der knapp. Oh man. Was mache ich da. Der Erschuss war richtig knapp. Um um um. Schussteusung. Schießt. Akin Tunde schießt das 1 zu 0. Was geht denn hier ab. 1 zu 0. Durch. Akin Tunde. Wir spielen den Eckball kurz. Dann spielt Noften den Ball hoch. Wir machen eine Schussteusung. Und Akin Tunde schießt sicher rein. 1 zu 0 für uns. So kann es weiter gehen. Oh oh. Das wird gefährlich aber. Hau das Ding weg. Oh. Nein nein. Ohne wie. 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 So Liverpool verdient. Seine erste Storce. Geht natürlich gleich rein. Wheelie versuch. Oh meinem Gott. Oh mein Gott. Was das war kein Elfmeter nie im Legensiri. Och mach das war nicht. Ein Elfmeter. So unverdient. Ich gehe auch noch in die Richtung und der Tor So unnötig, Mann Es gibt es doch nicht Mann Wir geben einfach eine Führung her Das gibt es nicht Das war nicht mein Elfer Mann Guckt mal die Pässe an Es kommt einfach kein Pass mehr an Was macht unser Tor Was macht unser Tor, bitte hier Es gibt es nicht Und er vier schießt Oh mein Gott, zum Glück verschießt er Und zum Glück ist jetzt Halbzeit Wir müssen echt in der zweiten Halbzeit mehr Gas geben Der Gegner hat fünf Schüsse, mehr drei Wir haben beide zwei Schüsse aufs Tor Er hat ein wenig mehr Ballbesitz Aber die letzten paar Minuten, Mann, echt schlimm Wir müssen uns jetzt nochmal Eine Halbzeit konzentrieren Jetzt ein langer Ball Da quittet der Gegner schon wieder Aber ich verstehe nicht Warum er quittet Das gibt es nicht Warum quitten die Spieler Und er führt einfach Dann quittet er an der 80. Minute Aber es ist jetzt ein Rage Quit Und damit bekommen wir nochmal ein paar Punkte Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt dann nochmal Wenn wir sehen, wie viele Upgrades Punkte wir erhalten haben Also bis gleich So, jetzt sind wir bei den Upgrades angekommen Im ersten Spiel haben wir 2 zu 0 gewonnen Wir bekommen also zwei Punkte für die Tore Und drei Punkte für den Sieg Macht insgesamt fünf Upgrade Punkte Im zweiten Spiel ist der Gegner gequittet Das macht drei Upgrade Punkte für den Quiz Im dritten Spiel haben wir ein Tor geschossen Und der Gegner hat ebenfalls gequittet Also macht das im dritten Spiel vier Upgrade Punkte Und insgesamt haben wir in dieser Episode zwölf Upgrade Punkte erspielt Und ihr könnt ja in die Kommentare schreiben Wen wir als nächsten Upgraden sollen Ich hoffe, euch hat das Video gefallen Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen Und wenn ihr noch unsere andere Videos ansehen wollt Könnt ihr ja auch mal unseren Kanal abchecken Und das war's jetzt Also haut rein und ciao